Unser oberstes Prinzip ist, du stößt vom Bekannten ins Unbekannte vor. Das heißt, jedes Detail wird ausführlich besprochen und gezeigt. Während des Trainings auch laufend kontrolliert. Immer wieder werden auch die kleinsten Details trainiert, gezeigt und wiederholt. Die Übungen bauen aufeinander auf. Das heißt, nach Abschluss der Übung A gehen wir zur Übung B. Basis der Übung B ist aber wiederum die Übung A, die auch Bestandteil in der Übung B ist und du somit immer wieder übst. So vertiefst und automatisierst du die kleinsten, aber eben auch die wichtigsten Details. Alle Übungen sind miteinander verbunden und bauen aufeinander auf. Alle Basisübungen werden in allen Disziplinen gebraucht. Das heißt, du übst nicht nur für eine Disziplin, sondern für alle Disziplinen und das gleichzeitig. Dadurch kannst und wirst du die Disziplinen schneller erlernen und das ist ganz im Sinne des So-Voodoo-Gedankens. Schon nach kurzer Zeit wirst du die ersten Erfolge sehen und spüren. Du entwickelst neue Fertigkeiten, jedoch trainiert man So-Voodoo ein Leben lang. Und das nicht nur im Sport, sondern auch im Beruf, im Leben mit deiner Familie. Das heißt, So-Voodoo wird dich ab sofort täglich begleiten. Jeder kann das Prinzip der Takeda in der So-Voodoo Academy erlernen. Du steigst auf deinem persönlichen Niveau und Status ein. Da auch das Alter und die Lebenserfahrung ein wichtiger Faktor ist, kann jeder Mensch diese Kunst erlernen. Ja, sehr viel sogar. Nicht anstatt, sondern ergänzend ist hier unsere Devise. Jeder steigt auf seinem Niveau und Wissensstand in die Ausbildung ein. Die Übungen sind so gestaltet, dass du laufend neue Aspekte und Zusammenhänge erkennst. Je nachdem, wie weit du schon fortgeschritten bist.